Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Session von Cry of Fear. Ich habe immer noch nicht den reinsten Schimmer wohin ich soll. Oh warte, da ist ja was. Oh nein, ich hätte nicht dahin gehen sollen und es ist total still. Oh nein. Es ist so still. Es wird zu dunkel. Noch dunkler. Ja, übertreib. Oh nein. 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 Oh wunderbar. Ihre Pfingel joint. Scht! 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 Aus! Aus! Was ist das denn gelaufen? Das hab ich ja selbst nicht mehr. Vielleicht ist das ein bisschen heißer. Scht! 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 Wer ist neun gegen das Züge? Moin! Hallo? Oh nein. Oh nein. Bewegt sich da was im Schatten? Das ist nur ein Bild. Jedenfalls hab ich keine... Bitte. Curve, sei so schnell wie möglich zu Ende. Ich halte das langsam nicht mehr für ne gute Idee. Ja. Ja. Das Züge ist langsam ruhig aus. Ich habe weniger Angst. Wenn ich mich erschreckt, dann okay. Aber nein. Alles ist ein bisschen weg. Was? Okay, da ich mit halbem Bildschirm nicht mehr aufnehmen wollte... Muss ich das nochmal neu machen. Muss ich das nochmal neu machen. Ja. Hier waren wir doch. Oder? Ja. 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 Ich bin jetzt ist das. Eine Brixe von denen auch. Oh nein... Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Back von mir, da ist wohl jemand, da möchte mich wohl jemand. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, hallo. Kann ich jetzt einsteigen? Ich hoffe nicht, da gibt es keine Einstellung. Dankeschön. Diese Klopfe mag ich gar nicht. Lass mich bloß hier weg. Lass mich bloß. Lass mich bloß. Ja, durch kann ich einsteigen. Lass mich bloß. 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 Schatz daran soll ich mir nicht gehen. Hallo Kollege. Ich möchte keine Zeitung kaufen. Ich abonniere nicht. Ich abonniere keine Zeitung. Vor allem nicht hier. Warum? Warum darf ich in diese Tür da rein? Jetzt doppelst du wieder Kettensegen machen. Das ist doch so. Ich habe das Gefühl, hier möchte ich auch nicht. Warum? Warum darf ich in diese Tür da rein? Jetzt doppelst du wieder Kettensegen machen. Warum? Warum darf ich in diese Tür da rein? Preston Road, ich geh mal da lang. Oh, das ist ein Stadtplan. Und etwas namens Ratatata. Ähm, ich hab drei Schraubwünter. Mit 13. Na gut, mit 11. Robert Street K. Ich hätte auch noch mal das. Wie viel hat das? Äh, das steht da unten. Vier. Eine ganze Menge davon. Nein, ich geb dir einen Versuch. Ach, vergess es. Ich kann nicht, nein. Ich fange auf. Scheiße! Oh, sicher. Ich warte Böses. Ich habe noch nie was Gutes von Treppenhäusern gehört. Ich habe einen Schlüssel für irgendeine Tür in der ganzen Stadt und ich finde sie einfach. Oh, es gibt eine ganze Truppe von euch. Einer hat sogar den Begriff von Treppen bemerkt. Na und was wünschst du dir heute zu Weihnachten? Weihnachten kommt ja gleich. Was wünschst du dir? Oh, ich habe mir das Zendale versprungen. Oh, veräppelt. Da kommt der Jungler aus. Sein Jungler aus. Jetzt ist das für mich. So, noch ein bisschen Adrenalin. Ja, ich gehe mal hier lang. Niemand hat gesagt, dass ich hier nicht lang darf. Aber niemand hat gesagt, dass ich hier rein kann. Ich... Bin ich da überhaupt drunter? I don't need to go back. Genau. Ich frage mich, warum ich dann überhaupt hier zurückgegangen bin. Was mir aufgefallen ist, nämlich dass man mein Mikrofon ab und zu zu niedrig hängt. Jetzt sollte es aber richtig sein, oder? Ich habe es gerade nochmal umgestellt. Schön, dass du bemerkt, dass ich nicht zurückgehen muss. So, ich schätze, ja. Nein. Nee. Oh, nee. Gettensigmann, nein. Oh, nee. Was muss das sein? Wieso? Ach, nee. Die Musik ist neu. Die Musik ist sehr unangenehm. Jetzt wird sie noch unangenehm gemacht. Ich glaube Cry4 härtet mich auch ein bisschen ab, aber schlimmer als die, das ist eigentlich nicht. Oh nein. Das ist Feuer für meine Ohren. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah! 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 Die Musik ist weg. Ich will nicht. Ich will nicht. München jetzt gelandet. Ich habe dich gerade gegenseitig ausgeschaltet. Eine Leiter. Kann ich hier eine Leiter benutzen? Hier. Oh.